Und da sind wir wieder bei Heavy Rain. Ja, wir sind hier gerade beim FBI, Detective Norman Jaden. Und ich kenne mal noch ein bisschen die Gegend rum, weil hier ja anscheinend ein Opfer vom Origami-Killer gefunden wurde. Und so finden hier mehr Spuren von der Polizei als von den Täter bzw. Opfer. Das ist immer gut, wenn die Polizei mehr Spuren hinterlässt als jede andere. Das hier habe ich ja schon untersucht. Nee. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Können wir jetzt was sagen? Ach, da ist die Leiche oder was? AI-Eintrag. Das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. So, checken wir mal die Leiche ein bisschen ab. Da ist ein Origami-Stück. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Okay, Ethan hatte da auch so eine in der Hand, oder? Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit fünf Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Okay. Dann gehen wir mal zu Blake. Wo ist er denn? Okay. So, erst mal die Brille ab. Den Handschuh weg. Da. Und machen wir uns mal vom Acker. Ich möchte, dass wir uns hier noch einen Schnippen holen, weißt du? Oh, wir haben uns auch ganz schön eingesaut. Oh, hier ist ja schon unser Chef-Chef. Hallo. Wieder einsteigen. Oh. Ich habe mich nicht angeschnallt. So, und nun? Wieder ein Ladebildschirm, wieder Szenenwechsel, oder? Äh, ja. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Ja, das sieht man nicht, weil ich da vorsitze. Eindeutig eine Fledermaus. Fledermaus. Wolf? Ein Wolfskopf. Ein Krebs. Zwei Dings, ja, der Tod. 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 Ja, zwei Sensen, meine. Voll futuristisch, das Spiel. Und wir sind wieder Ethan. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Alles so gemütlicherweise. Wir sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Ich muss gar nicht zuerst mit rein zu sagen. Nee, der Clown war schuld. Jessens Tod ist meine Schuld. Könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld herangeben, Ethan. Wie geht es, Sean? Ich weiß, er ist wirklich unglücklich. Er kann nicht verstehen, warum ich ihn scheinbar nicht lieben kann. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Deprimiert. Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn schauen? Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Nö. Nein. Nein. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als er dich Glück gehabt hat, Doktor. Hm. Oh, schon wieder 10-A4. Oh, schon wieder 10-A4. Willst du auch nicht mit den anderen spielen? Und wie sollst du in der Schule? Du warst denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschuft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Hast du Hunger? Willst du was essen? Problem? Ist irgendetwas schon? Nein. Mir geht's gut. Lass uns erbeugnen gehen. Komm. Ein Bummer an? Kannst du den werfen? Nein, Dad. Nicht wirklich. Bei mir kommt er nie zurück. Und kann ich mal probieren? Ich merke gerade, ich war auch schon mal besser. So, zweiter Versuch. Hui. Echt krass. Nochmal. Ein Regenbogen. Wow, du hast es geschafft. Halt zwei Mal miteinander. Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wir stehen gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt... Jetzt... wir sehen. Jetzt wisst ihr. Geschafft, geschafft, Dad. Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. das soll schon wieder zu gut passiert auch wieder etwas schlimmes retten der übersatz die stimmung runterreißt und was machen wir jetzt ich war schon seit ewigkeiten nicht mehr auf seiner wippe was du bist ja komm dad lass mich fliegen da bin ich zu sein für den moment etwas glücklicher drehkarussell lust auf das drehkarussell? ich wette ich kann dich so schnell anschieben dass du nicht drauf bleibst klasse oh was war das denn na das waren wir nochmal los dad so schnell wie du kannst ich werde damals auch fast aus so dem Ding raus geflogen leht ganz nach regen aus wir sollten gehen ok ok mein Rucksack weißt du ich hab das wirklich nicht so gemeint ich war nur sauer ich war nichts erne zu dir du hattest recht sauer zu sein auch das Spiel schon über 10 Jahre alt ist wenn ich jetzt gar nicht so erwartet wir bauen hier so ein karussell auf den kinder spielplatz hey dad kann ich bitte mit dem karussell fahren darf ich klar such dir ein pferd aus und steig auf ich hole die karte das ist ja hier der kartenverkäufer da vorne da vorne einmal ein dollar da da bis jetzt wieder was ist ja mit üfen los hallo wow wow da wieder der karte viel von a street oh Jetzt geht das rumschreiben wieder los. Sean! 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 Seine Schultasche ist noch hier. Aber wo ist Sean? Nein. Ich glaube es nicht. Ich kann doch nicht. Ins Haus. Er ist sicher zurück ins Haus gegangen. Sean. Sean. Ich muss ihn finden. Sean, wo ist Sean? Sean. Ja, wo ist er denn? Sean! 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 Unser Zimmer ist er nicht. Sean! Sean! Klar, dass wieder irgendwas passiert. Dafür war das gerade zu... ...Familienmoment. ...Familienmoment. reigeschalten. Sind wir jetzt wieder Norman Jaden oder was? Aber naja, das werden wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Denn wir sind schon wieder über die Zeit. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!